Die Amtskette ist angelegt und damit ist es seit 0.01 Uhr amtlich. Martin Kaufmann ist neuer Oberbürgermeister von Leonberg. Der 51-Jährige wird damit Nachfolger von Bernhard Schuler, der nach 24 Jahren im Amt nicht mehr zur Wahl angetreten ist. Bevor sich Kaufmann allerdings in seine neuen Aufgaben stürzen kann, muss er gestern Abend einen echten Gratulationsparcours überstehen. Kaufmann hatte sich bei der Wahl am 24. September ziemlich überraschend schon im ersten Wahlgang mit knapp 52 Prozent die absolute Mehrheit gesichert.